Das zweite Level, welches von Nintendo zur Veröffentlichung von Link's Awakening Remake auf Nintendo Switch veröffentlicht hat, ist Breath of the Wild Warudania Dungeon. Uiuiui, Warudania, was war das noch? Das war die Echse, die Feuerechse, ne? Uff. Aber das alles soll wahrscheinlich eine Flip-Funktion haben mit den Röhren, das heißt, es könnte ziemlich interessant werden. Okay, es ist zum einen der Mario Bros. dreiste, die mir schon nicht gut liegt. Und ne Reset-Tür, okay. Eine Menge Feuer haben wir hier auch. Nämlich an, dass hier drin Bomben sind, genau. Das mache ich erstmal alles zerstören. Unser Monty-Freund, der ganz klar... ...unser Freund Yunumbo darstellen soll, unser Gronen-Freund. Der hilft es natürlich auch. Versteckte Wonder-Blöcke, wie immer. Gut, er steckt. An Orten, wo man eher nicht lang geht. Und Yunumbo ist schon reingegangen anscheinend. Alles klar. Beziehungsweise erwarte ich da draußen während des Spiels. Naja, jetzt auch mal hier... ...unds in das Monstrum bewegen. Wenn man's kennt, das Spiel... ...und es im Hinterkopf hat. Varudania hatte... ...eine... ...Rückenplatte, wo man draufstehen konnte. Eine ganz, ganz große, wo dann auch der Final-Boss stattgefunden hat. Kann man hier unten sterben? Ja. Oh, geil, das war doof. Also schon mal kein Dungeon, wo man einfach so reingehen kann. Es ist ein Dungeon, wo man stirbt, wenn man sich blöd anstellt. Ja, wie Breath of the Wild Dungeons immer sind. Richtig, richtig gemein. So, wir haben hier zwei Möglichkeiten, oben und unten. Wir haben eine Feuerblume, also gehen wir oben lang. Und holen uns die erste... ...pinke Münze. Okay, hier ist der Bossraum. Ja, oben auf dem Plateau drauf, klar. Das heißt, wir müssen mal zurückgehen. Und dann mal hier unten. Okay. Ah, das war nicht gewollt. Das war definitiv nicht gewollt. So, die machen wir schon mal weg. Hier, wo es dunkel ist, nehmen wir mal alle Münzen mit, die wir finden können. Denn es könnte unter Umständen nötig sein. Ganz viele Pflanzengegner. Ich erinnere mich jetzt nicht genau an die Gegnerarten, die es gab im Dungeon. Es gab halt viele von diesen... ...ja, Ganon-böse-Viecher-Dinger. Die halt richtig genervt haben. Ah, so der Helm ist schön. Die war halt so ein bisschen nervig. Aber... ...die waren halt nicht unbezwingbar. Okay. Scheintens muss ich mal rein. In die Röhre. Dann mal rein. Und das Level umdrehen, so wie es scheint. Ach, sind wir jetzt auf der Seite. Alles klar. Die Abgründe werden schon größer. Und dann drüber wieder zurück, das Ding. Ja. Dann kommen wir hier drüben hin. Zu den 10 Münzen. Und... ...mit einer weiteren Röhre... ...kamen wir nach da. Auf Rückseite. Wir drehen das Ganze um 90 Grad. Könnten hier runter. Wir gehen hier runter. Ah. Und dann haben wir Rückweg. Super. Und wir brauchen irgendwas, um es reinzuwerfen. Ah, hier haben wir was. Hallo. Hallo. Mein Freund, ich brauche deine Hilfe. Äh. Genau. Das hier war ganz klar der Ort... ...wo man... ...diese... ...diese fette Kugel, diese Metallkugel... ...eskortieren muss. Um sie dann, wenn man das ganze Ding gedreht hat... ...ääh, runterrollen zu lassen. Bis zum Anfang. Ähm, damit die... ...den Felsweg zerstören kann. Felsweg in dem Sinne. Peace, mit an. Und weg damit. Schwer darzustellen, aber es ist machbar. So. Dann... ...ab zum Ende, würde ich sagen, wa? Genau, die letzten Mütze haben wir. Wir kommen wieder am Anfang oben raus gleich. Und von dort aus... ...kommen wir dann zum Bus. Zu Ganons Feuerfluch. Wenn das Ding so böse heißt. Okay. Oh, ich hab's Level kaputt gemacht. Oh oh. Jix. Oh, ich hab's schon geschafft. Ey, yo, raus hier. Ich hab's Level kaputt gemacht. Auch nicht schlecht. Hahaha. Ah, nehmen wir noch eine kleine Runde mit nach oben. Ähm, man sollte anscheinend nicht den Peacewit mitnehmen. ...hoffentlich, denke ich. Sonst mach mal ein Level kaputt. Und das ist nicht so gut. Yay. Egal, wir haben's geschafft. Der Feuerfluch ist besiegt. Also, ich erkenne die Mechaniken. Muss aber sagen, das Ganze funktioniert in Mario Maker jetzt nicht so toll, wie es in Breath of the Wild getan hat. Weil einfach diese dritte Dimension fehlt, dass man, ja, dass man einfach genau sieht, was passiert. Das ist ein bisschen schwierig umzusetzen. Das stimmt schon, aber, ja, es ist, es ist, es ist knackig. Im Vergleich zu dem Ocarina of Time Deko Baum Level war das hier technisch gesehen schwieriger. Aber, die Umsetzung ist gut. Die Umsetzung ist definitiv gut. Und, wie immer, wenn ihr irgendwie das Level nochmal spielen wollt, dann schaut euch die Level-IT auf dem Bildschirm an oder in der Beschreibung. Vielleicht findet ihr etwas, was ich noch nicht gefunden hab. Und könntest mir dann berichten in den Kommentaren. Wer weiß. Vielen Dank. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020